Kann das sein, dass Deutschland XRP gehypt ist, so wie viele YouTuber, Azad und viele in der Community? Ich habe noch nicht ganz so hohe Positionen. Ich warte noch auf weiteren Preissturz. Ich halte sowieso nichts von diesem ganzen Rumgehype. Wenn die News zu gut sind, dann haben wir meistens Drops. Auch bei Ripple und XRP. Nur weil wir so gute News haben. Weil wir wirklich revolutionäre Entwicklungen haben. Was mit Travel Exits da ist. Eine lizenzierte Bank in Brasilien. Die hat auch eine Zweigstelle in London übrigens, wo die neue Partnerschaft jetzt gestartet worden ist. Die announced haben, dass sie On-Demand-Liquidity nutzen werden und auch XRP für die Transaktionen. Das ist eine Börse, die nicht nur für internationale Transaktionen tätig ist, sondern für den FX-Markt. Man kann verschiedene Währungen dort kaufen. Und wenn das Ganze dann auch über XRP abgewickelt wird, ist es natürlich eine positive Geschichte. Aber Azad, den Rapper, den wir jetzt interviewt haben, der hat aktuell, soweit ich weiß, wie er uns gesagt hat, und was man auch im Interview hört, jetzt erstmal keine XRPs mehr, die er hält. Er hat ja in einen anderen Token jetzt erstmal investiert, wartet, bis es hochgeht, damit er wieder auscashen kann und dann wieder neu investiert wahrscheinlich. Ich halte nichts von diesem ganzen Rumgehype. Wir müssen uns den Markt angucken, wir müssen schauen, wie das Ganze sich entwickelt und dementsprechend müssen wir unsere Entscheidungen treffen. Aber einfach so jetzt gehypt zu sein, diese News, diese Informationen, wie viele neue Banken raufkommen, wie viele neue Partner XRP und mit Ripple hat, das hat ja nicht aufgehört mit der SEC-Klage. Das hören wir ja immer und immer wieder, was SBI gerade macht, was die alles in Planung haben. Ich habe so viele News zur XRP nicht gebracht, weil immer wieder gesagt wird, nur XRP-Maxys, dann habe ich mir gedacht, gut, bringe ich einfach nur erstmal das Wesentliche, was da alles für Partnerschaften passieren. Das ist einfach verrückt, was Tranglo gerade versucht da mit dem australischen und asiatischen Markt. Es ist verrückt, in welche Richtung das geht und man muss schon blind sein, um das Ganze übersehen zu haben. Aber natürlich, wenn einige News dann stark gehypt werden, dann sind die Leute auch so, dann kommen sie rauf und denken, emotional, ja, mein Herz pocht, ich sollte jetzt da rein und das wird durch die Decke gehen und ich verpasse das. Das sind alles psychische Sachen und wenn wir einfach ein bisschen zurückschrauben und das Ganze etwas mit mehr Logik betrachten, dann werden wir verstehen, dass noch alles sehr stark an Bitcoin gekoppelt ist und dass diese Engkopplung von XRP auch nicht von heute auf morgen passieren wird. Ja, kann das sein, dass wir eine starke Preisexplosion sehen können, aber so eine wirkliche Entkopplung, ich glaube, das braucht noch ein bisschen. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei. Das Perfekte bei Bitwavo ist, sie sind über die Zentralbank in den Niederlanden registriert, EU reguliert und unseres Erachtens nach die sicherste große Crypto Exchange der Welt. Darum meldet euch bei Bitwavo über unseren Link und genießt die Vorteile.